ja hallo lieber filmfreund und sammler ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu diesem ja etwas besonderen unboxing video muss ich sagen weil es die erste z box oder auch mystery box ist die ich hier auf meinem kanal präsentieren möchte und ich habe mich für diese box entschieden weil dort ja how it the duck im steelbook drin ist und zwar in einem besonderen design was es bisher noch nicht gab und zum aufnahmezeitpunkt dieses videos wird dieses steelbook nur in verbindung mit dieser z box exklusiv vertrieben was die zukunft zeigt weiß ich noch nicht und dieses steelbook wird auch voraussichtlich 2000 stück limitiert sein ist aber leider mit einer nummer nicht vermerkt deswegen voraussichtlich nur und alle nötigen informationen um die box rum sind bereits hier eingeblendet beziehungsweise zu dem steelbook und natürlich auch in der infobox ist das ganze für dich schon verlinkt damit du das gleich kaufen kannst wenn du das gerne möchtest und ich möchte an der stelle ganz besonders meinen youtube kollegen den lieben robert von stanley's filmzimmer erwähnen er hat ebenfalls sich diese box gekauft schaut auch unbedingt mal auf seinem kanal vorbei er hat auch ein separates unboxing video zu diesem steelbook was ich euch auch gleich noch vorstellen werde ja auf seinem kanal hochgeladen schaut unbedingt dort einmal vorbei und ja wie eben schon gesagt ich wünsche euch nun viel spaß mit dem unboxing ja und los geht es mit dem unboxing der z box von safi und was fällt euch auf richtig die ist natürlich nicht schwarz wer hätte das gedacht also das war natürlich nur ein 3d artwork ich weiß dass es ältere z boxen gibt oder mystery boxen die waren dann auch wirklich schwarz gewesen die hier ist in einem schönen karton braun aber genug der vielen worte ihr seht schon hier auf der oberseite ein großes z im würfel design und das klappert und poltert hier alles schön und hier seht ihr z box was hier drauf steht von der anderen seite nochmal dasselbe z box tralala mit hashtag und so weiter wenn das ganze noch mal umdrehen sehen wir dann das hier und von der rückseite seht ihr dann hier unten twitter facebook und instagram logo z box tralala und hier oben ja ist dann die ean nummer der gesamten z box die ja schon im intro zu sehen war auf der unterseite seht ihr es die ist nämlich exakt so angekommen das heißt das ist auch gleichzeitig die versandverpackung etwas naja sagen wir mal suboptimal man hätte die wirklich noch mal vernünftig einpacken können aber es ist halt im endeffekt nur ein großer brauner karton leider und ja nichts hochwertig sammelbares meiner meinung nach das wird dann hier einfach aufgemacht indem ihr hier vorne das einmal so schön durchschneidet habe ich natürlich alles schon vorbereitet für euch und dann wird das hier hochgezogen diese lasche so muss ich natürlich jetzt aufpassen dass hier nichts raus fällt so dann machen wir das hier auf und werfen einen blick in die z box ich hole das natürlich gleich nochmal näher ran aber erstmal so im gesamteindruck mit ihr wisst wie das so ankommt ich habe das jetzt schon von sämtlichen folien befreit hier lag noch eine luftpolster folie drauf und diese bubble bubble dinger da die sind leider schon geplatzt gewesen die waren aber auch hier mit drin und alles sicher verpackt hier haben wir die steelbook schutzhülle die hat auch eine eigene ean nummer ja wenn man das ean nummer nennen kann aber egal dann haben wir hier die funko pop figur vom goldenen hulk die schauen wir uns wie gesagt gleich noch in ruhe an und eine dopes figur ebenfalls hier schön eingepackt das war alles so noch in knallfolie eingewickelt da geht nichts kaputt und das gute stück geben wir uns zum schluss auf jetzt kommt erstmal ja hier das hat auch noch eine extra ean nummer das ist dieser pin dieses metall dingens das schauen wir uns natürlich auch gleich noch in ruhe an und zu guter letzt das warum ihr wahrscheinlich ihr alle eingeschaltet habt ist das steelbook huch jetzt wird alles zu dunkel so das ist das steelbook das habe ich natürlich jetzt schon ausgepackt das war noch in original folie verschweißt ja und das ist erstmal der inhalt der z-box der rest ist gehende leere und jetzt werde ich mal die kamera perspektive wieder wechseln weil das ist mir hier echt zu riesig mit diesen großen pappdingens und wir schauen uns jetzt alles was ihr jetzt gesehen habt was ich herausgenommen habe nochmal in ruhe an ja und als erstes würde ich sagen fangen wir natürlich an mit dem steelbook und kommen dann zu den figürchen und was da sonst noch beilag ihr seht schon das steelbook kommt im matt optik design mit einer j card also einer kompletten j card daher die schauen wir uns als allererstes einmal gemeinsam an bevor ich das vergesse und dann kommen wir zum guten schluss dann noch zum steelbook selber und ihr seht schon wie das hier aufgemacht ist von beiden seiten gleich die rückansicht leider schlicht in schwarz gehalten da hätte man wirklich ein richtig cooles back artwork noch einarbeiten können aber naja gut der beschreibungstext zum film in englisch wer das noch nicht weiß worum es da geht hier die special features und ein wenig weiter unten dann die technischen angaben samt er endcode zu diesem schönen steelbook und ihr könnt ja das bild anhalten ihr kennt das spielchen und jetzt wollen wir das ganze natürlich raus solide verarbeitet die j card und jetzt kommen wir zum steelbook ja kommen wir also nun zum steelbook selbst wie bereits eben schon angesprochen ist dieses matt optik design gehalten fühlt sich ein wenig weich an und schaut euch mal diesen wunderschönen druck an das motiv ist einfach genial also dafür hat sich für mich meiner meinung nach diese box schon gelohnt aber lange rede kurzer sinn ich hole das mal hier näher für euch heran schaut euch das mal an die einzelnen federn von howard auch an seinen händen das ist alles sehr 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 detailliert und kräftig aufgedruckt man kann hier nirgendwo an keiner stelle den blechrohling durchschimmern sehen es ist einfach eine traumhaft schöne umsetzung und ich zeige euch gleich noch mal ein kleines ja highlight könnte man sagen achtet mal hier auf diese hellbläulichen stellen wenn ihr das licht drüber wandert das ist natürlich keine lackierung besonders sondern das ist einfach durch das steelbook selbst durch die reflektion wird hier so ein wunderschöner blauschimmer erzeugt das sieht richtig geil aus also es gefällt mir absolut von der seite das bein sieht dann so aus howard the duck und hier unten 101 films und das ist die rückansicht ein ei richtig geil und ihr seht es auch hier schon dieser blauschimmer hier an diesen hellen stellen das ist einfach genial wenn das lichter so drüber wandert sieht rattenscharf aus von der nähe betrachtet sieht ihr auch hier wieder der druck ist wirklich knacke scharf kräftig aufgetragen traumhaft schön noch mal von der seite sehr nah ran geholt seht ihr auch hier eine astreine umsetzung super genial das hat natürlich kein übergehendes motiv leider das seht ihr denke ich mal relativ gut weil die galaxie wirkt so etwas abgetrennt könnte man sagen aber dennoch ist es ein sehr stimmiges motiv weil die farben halt ja passend gewählt sind auf vorder und rückseite vom innen leben sieht das ganze so aus da haben wir hier die blu ray mit diesem design die ich an der stelle mal für euch raus nehme und hoffentlich fällt das nicht runter und wir sehen hier zwei eier gut sage ich jetzt nichts dazu ja gut wir haben hier drüben ein ei was so leicht angebrochen ist auch sehr scharf gemalt und sehr gut zu erkennen die plastik trübt das so gut wie gar nicht und hier drüben ist auch die plastik fast nicht wahrnehmbar auch sehr genial in der umsetzung schaut euch das an wenn ich je näher ich komme desto mehr details kann man erkennen also es ist traumhaft schön ich liebe dieses steelbook abgöttisch es ist um längen besser als das deutsche meiner meinung nach und das wäre es zum unboxing des steelbooks und jetzt schauen wir uns noch die weiteren gemmicks dieser z box an ja und als nächstes machen wir natürlich weiter mit der steelbook schützhülle die in einer wieder verschließbaren folie ich denke mal ihr kennt das wie die funktionieren muss ich jetzt nichts dazu sagen verpackt wurde und so sieht der ganze damit dann aus den müssen wir jetzt natürlich noch in form bringen das mache ich natürlich sofort nach einem kurzen cut aber ihr seht schon hier ist richtig geil steelbook und zafi fest aufgedruckt und ich bin mal gespannt wie das dann mit dem steelbook gemeinsam dann aussieht ich muss noch mal ganz kurz was mit einwerfen mir ist noch gerade aufgefallen als ich das ganze hier ja schon vor gebogen habe sozusagen hier ist natürlich noch eine schutzfolie drauf also da müsst ihr ganz genau aufpassen wo die am besten sich abziehen lässt und dann macht ihr den ganzen klumpatsch runter ich mache das jetzt hier nicht live weiter aber ihr seht schon dann ist das ganze natürlich glasklar und so ist es sehr trüb ganz logisch also ich bastel mal jetzt weiter und wir schauen uns dann gleich mal das ergebnis an ja ich habe es geschafft ich habe das jetzt endlich alles runter gepopelt und gegrabbelt und so sieht das dann im endeffekt aus ein richtig cooler hochglänzender steelbook schutzschuber o card das heißt unten und oben ist das ganze geöffnet und ihr seht auch hier dass das wunderschön am reflektieren ist das steelbook wird so gut wie gar nicht getrübt von der seite sieht es natürlich dann so aus da haben wir eine seite die ohne irgendwelche klebereste oder so weiter auskommt und die gegenseite weil es muss ja irgendwie zusammengebaut sein seht ihr hier die zusammensetzung wie das ganze funktioniert ihr könnt euch jetzt natürlich dafür entscheiden das steelbook rauszunehmen umzudrehen ich muss mal gucken hier durch die kamera ist das etwas schlechter dann könnt ihr so machen dann ist das bein hier befreit von dieser etwas unschönen stelle das müsst ihr natürlich selber entscheiden wie ihr das machen wollt und wie das ganze jetzt von haus aus gedacht war weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ich würde es persönlich so nehmen damit hier dieser komische klebe zusammensetzer nicht zu sehen ist auf dem spine und jetzt kommt das entscheidende manko meiner meinung nach denn ihr fragt euch jetzt ja wo hat er den schuber hin die j card und dieses steelbook mit schutzhülle passt nicht mehr zusammen das heißt ihr kriegt das hier nicht mehr rein ich müsste diese j card jetzt hier komplett zerstören weil ihr seht es ist exakt ich weiß nicht wie es euch zeigen soll exakt jetzt dieselbe größe der j card hier diese öffnung es geht nicht mehr rein ich kann es jetzt hier biegen brechen dann geht die j card kaputt das will ich absolut nicht jetzt bleibt natürlich die frage offen was mache ich mit meiner j card soll ich diese schutzhülle für eventuell ein anderes steelbook verwenden oder soll ich dieses hier in entsprechender form dann präsentieren im regal und die j card irgendwo hin tun keine ahnung ich weiß es noch nicht für was ich mich entscheide ich empfinde das als sammler ein klein wenig als nachteil weil jetzt muss ich mir gedanken machen wo ich mit der j card hin soll ich möchte gerne alles in ein machen liebe leute von zafi vielleicht gibt es in der zukunft eine lösung dafür aber bis dahin ist das für mich eine ja ein kleiner minuspunkt würde ich sagen und somit wären wir durch mit dieser wunderschönen schutzhülle und jetzt kommen wir zu den figürchen ja und weiter geht es mit der ersten figur von dorps ich habe da echt keine ahnung das muss ich ehrlich sagen das ist premiere dass ich so eine figur mal hier auf meinem kanal vorstelle deswegen seht es mir nach wenn ich jetzt nicht alle fachbegriffe kenne und ja jetzt nicht so der versierteste anboxer für diese art von editionen bin hier steht 360 drauf ich nehme mal an das ist die 360 figur dieser reihe es wird dann noch logischerweise 359 geben hier ist ein aufkleber drauf den könnte man runter machen wenn man das möchte so sieht die box von der front aus mit einem klarsicht fenster in plastik hier unten dann noch die angaben dass ihr das ja nicht essen sollt und was auch immer vinyl und tralala hier unten sind dann noch mal die angaben wer hunger hat sollte das bitte nicht essen und so weiter und so fort mit der ehn nummer und hier sie seht ihr die seite das ist auch relativ schick gemacht hier ist so eine glanz beschichtung drauf es fühlt sich an wie ein aufkleber aber ist keiner sieht richtig cool aus von der gegenseite seht ihr dann welche figuren unter anderem hier noch verfügbar sind also in der reihe dann noch da sind man kann alle sammeln steht hier drauf von der oberseite seht ihr auch hier etwas staub drauf hat wahrscheinlich lange im regal irgendwo gelegen bei zafi unterseite hatten wir schon geöffnet habe ich das schon einmal damit das hier problemlos rausgeht jetzt holen wir die figur gemeinsam mal raus ich hoffe hier fällt jetzt nichts komplett auseinander das ist natürlich viel plastik und das macht man hier oben auf und schon haben wir sie draußen so ist eher ja harte plastik und ja gut das schauen wir uns gleich an ist natürlich jetzt suboptimal mit dem roten untergrund ich versuche es trotzdem so sieht die figur dann aus ihr seht auch im vergleich zu meiner hand wie groß das ungefähr ist ja und ja die bemalung ist eigentlich nicht schlecht nur die verarbeitung schaut euch mal an hier seht ihr ganz deutlich die nähte und auch hier etwas verschmierung und hier unten kann man schon ganz deutlich erkennen wie das ganze zusammengebaut ist leider und von unten sieht das so aus und hier seht ihr von der seite ist es eigentlich gut gemacht und die gegenseite ist etwas das darf nicht passieren bin ich der meinung das sollte nicht sein stehen tut das ding auch gut von alleine kein problem ja mein geschmack ist es jetzt nicht ich habe es mir wie gesagt nur wegen dem steelbook geholt ich finde die verarbeitung dieser figur jetzt nicht sonderlich gut gelungen aber das ist natürlich geschmackssache beziehungsweise auch generell ob einem die figur gefällt ich weiß es gibt einige sammler da draußen von solchen figurchen ja das wäre es erstmal zu dieser figur und jetzt kommen wir noch zu der anderen ja und weiter geht es mit der goldenen hulk figur und hier seht ihr ein sehr sehr großes mit auf die seite übergehendes sichtfenster von der seite ist es zu ja das frontdesign seht ihr ganz deutlich nummer 379 dieser reihe oder limitierungsnummer ich weiß es nicht das müssten ja die fenster draußen von solchen figuren besser wissen als ich wie gesagt ist alles neuland ich habe da keinen plan ich zeige es euch einfach trotzdem mal und hier sieht das so von der seite noch mal so aus mit der 379 die rückansicht hier welche figuren noch verfügbar wären in dieser reihe zum sammeln und ja von der oberseite sieht es so aus pop und marvel etc und die unterseite bitte nicht essen und hier der ehrn code ja jetzt haben wir uns das ganze von allen seiten angeguckt jetzt holen wir uns das natürlich mal hier raus so aus der gute halk so dann hier oben ist dann so aufgemacht das sind geräusche so und das tun wir zur seite wackel 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 so sieht das ganze dann aus das ist jetzt natürlich extrem schlecht zu zeigen es wirkt auch sehr dunkel aber glaubt mir so dunkel wie es hier in meinem video jetzt zu sehen ist es nicht denn das liegt hier an den scheinwerfern von der verarbeitung her würde ich sagen ja gut wir schauen dass man hier ganz genau an wie die nähte so geworden sind hier unten sieht ihr natürlich den bobble kopf das ganze zusammengebaut ist hier ist die verarbeitung etwas besser als bei der anderen figur finde ich auf den füßen ist auch noch was aufgedruckt wer bock hat kann sich das mal anhalten und durchlesen hier sieht ach das ist echt suboptimal dass es hier so extrem am glänzen ist ja und stehen kann der gute halk auch und wackeln was er halt tun soll als fango pop ja wie gesagt ich bin da kein experte für solche figuren ich finde es ganz niedlich aber alleine hätte ich jetzt den preis nicht ausgegeben mir ging es speziell wie schon mehrfach erwähnt um das steelbook jetzt fällt hier noch die folie runter herrlich so das wärs zu dieser figur und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz dieses steelbook dingens an ja und last but not least kommen wir zu diesem steelbook metall schild pin dingens das sieht natürlich richtig cool aus wenn das licht hier drüber wandert kann man das ganz deutlich erkennen steelbook media rubbed in metal von der rückansicht sieht es so aus halt metall zeigt noch mal so in der seite dann können wir hier das ganze zusammen drücken minimal ihr seht es so dann kann ich das einwandfrei abnehmen und auch ich sehe es jetzt nicht durch die kamera jetzt steche ich mich wahrscheinlich noch so und dann könnt ihr das dann irgendwo hin ran heften ihr seht hier sind dann die nadeln ich halte noch mal die hand davor wo man das ganze dann irgendwo durchstechen reinstechen könnte die sind nicht sonderlich spitz ich weiß nicht wie gut man das erkennen kann die sind relativ stumpf würde ich sagen aber dennoch kann man da denke ich gut pappe oder ja stoff durchstechen und das ganze dann so befestigen am rucksack oder tasche wo man das halt hin machen möchte oder eben die dinger hier abmachen die nadeln abbrechen und das ganze an einem magnetband dran machen wie man halt bock hat ja und das war das letzte stück dieser z box und ich hoffe wir hören uns jetzt gleich wieder im outro ja und somit wären wir wieder durch mit dem unboxing video was dieses mal etwas länger geraten ist mich würde an der stelle natürlich sehr interessieren wie findest du diese mystery box oder z box wie stehst du generell zu diesen ja mystery boxen schreibst mir gerne mal in die kommentare und wenn dir dieses video in irgendeiner form hilfreich war dann zeig mir das doch bitte mit einem däumchen nach oben und nicht vergessen auch den kanal zu abonnieren falls du das noch nicht getan haben solltest und auch das glöckchen dabei zu aktivieren ich wünsche dir weiterhin viel spaß auf meinem kanal mit den anderen videos und hab noch einen wunderschönen tag oder abend je nachdem wann du dir das hier angeschaut hast dein movie fan 1982 bedankt sich fürs einschalten und ist raus aus dem video mach's gut ciao